Meine Arbeit für Richtigkeit, ob du sagst, dass ich bleibste Gläser bin, dass ich Klarheit da habe, dass ich mich in diesen Jahren für mich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit und Wände da habe, im Dinten eines Räufes, wie du jetzt deine Stimme hast, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich das bin.